Aber dennoch möchten wir natürlich die vier Anwärterinnen auf den Titel Miss Universe präsentieren in Runde 2 beim Einzelposing. Der Lehrer zunächst Ludmila Tuchbolziver aus Russland, 22 Jahre, sie jung, Studentin des Sports an der Moskauer Universität. Sie tanzt leidenschaftlich gern, ist die russische Meisterin. Bei den Europameisterschaften sprang für sie Platz 2 heraus.